Wenn du mit deinem Programm fertig bist, gehe zur Hauptansicht. Tippe dort auf den linken Menü-Button und dann auf Hochladen. Nun musst du dich einloggen oder ein neues Konto anlegen, wenn du noch keines hast. Keine Angst, das geht sehr schnell. Du brauchst dafür nur eine E-Mail-Adresse sowie einen Benutzernamen. Nun kannst du noch einen passenden Namen für das Programm wählen. Damit du das Programm nachher wieder findest, macht es Sinn einen Namen zu finden, den du dir gut merkst. Gleichzeitig sollte dein Name aber auch dein Programm beschreiben. Wenn du willst, kannst du auch noch eine Beschreibung hinzufügen. Gehe auf Weiter und wähle eine passende Kategorie, zu der dein Programm gehört. Wenn du fertig bist, gehe auf Programm anzeigen, um dein Programm zu sehen. Hier gibt es nun drei Möglichkeiten. Wenn du auf Programm herunterladen tippst, wird das Programm im Pocket-Code geladen und du kannst es ansehen und verändern. Dies macht dann Sinn, wenn das Programm von jemand anderen ist und du es ansehen und oder verändern willst. Unter Erkunden in der Startansicht kannst du Programme ansehen, die Personen auf der ganzen Welt gemacht haben. Du kannst auch noch verschiedene Programme suchen. Wenn du auf App erstellen drückst, kannst du dein Programm direkt als App auf deinem Smartphone speichern. Wenn du auf den Button gedippt hast, musst du ein bisschen warten, bis schließlich der Button App herunterladen auftaucht. Hier kannst du nun dein Programm direkt als App auf deinem Handy speichern. Als dritte Möglichkeit kannst du am Galaxy Game Jam mitmachen. Wenn du auf diesen Knopf tippst, nimmst du mit deinem Programm am Wettbewerb teil und kannst tolle Preise gewinnen. Beachte aber, dass es sich dabei um ein Spiel oder Geschichte rund um das Thema Weltraum handeln muss. Weitere Informationen findest du unter www.galaxygamejam.com. Im Rahmen dieses Kurses werde ich dir alle Werkzeuge zeigen, die du brauchst, um ein eigenes tolles Programm zu entwickeln, mit dem du am Wettbewerb teilnehmen kannst. Am Ende dieses Videos möchte ich dir noch einen Tipp geben. Wenn du dein Spiel hochgeladen hast und von mir höchstpersönlich ein Feedback dazu bekommen willst, dann poste den Namen deines Programmes in das Kursforum. Ich werde mir dann das Programm anschauen und dir Feedback dazu geben. Ich hoffe du zeigst mir oder auch Freunden von dir ein paar deiner Programme. Vergiss nicht, genau wie du von anderen lernen kannst, so können andere auch viel von dir lernen.